die mauer muss weg die mauer muss weg hier ist der martin von manny manches das ist die taxa löse für montag den 21.02 2022 und die mauer muss weg wir stehen so schön davor es geht um die mauer hier unten es geht um die 14.830 14.800 wir haben es auch im wochen chart drin aus der jahresausflüchsanalyse erinnert sich vielleicht der ein oder andere da haben wir das bild gezeichnet damals haben uns das angeschaut korrektur musste hier oben und so weiter und so fort und da muss jemand ihr musste man jetzt durch also wir haben jetzt zehn monate uns dieses scheiß angeguckt ist jetzt wirklich mal da einfach auflöst die tatsache ist nämlich erkannt das muss das so auch mit einem kleinen unterbieten von 14.800 auch nach oben auslösen dass da haben wir die letzten tage schon ein paar mal drüber gesprochen das grundsätzlich möglich das funktioniert würde funktionieren wäre sogar eigentlich nötig um rauszukommen und man wieder richtig einen schönen trennschub bis in die rote zone dann vielleicht fortführen zu können einmal hier unten drunter fehlausbruch und dann folgt auf einem fehlausbruch und über dem fehlausbruch oben und das heißt wenn es ihm nicht gelingt unten rauszukommen kann er komplett oben durch und ein bisschen muss man auch aufpassen weil ihr kennt das von meinen analysen wir gucken immer sehr 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 viel auch darauf wie insbesondere im privaten bereich die leute sich einfach positionieren ich plaudere immer ein bisschen aus dem nähkästen wie meine leute so positioniert sind die sich bei mir einfach per wort melden nicht um die vor den kopf zu stoßen oder denen zu zeigen dass sie schlecht sind sondern um einfach euch zu zeigen wie leute gerade emotional oder psychisch vom markt in welche richtung angetriggert werden weil in der regel passiert immer ganz genau das gegenteil halt also das ist sehr sehr häufig das soll ihr bitte auch keiner böse nehmen von denen sondern das wirklich als mehrwert auch betrachten dass ihr auch merkt dass ihr vielleicht genauso denkt wie gerade alle privatanleger denken und das sind sich sehr 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 viele sicher dass der markt hat richtig unten raus bricht und zwar richtig rausbrechen kann und aus erfahrung muss man sagen egal was wir im markt immer hatten wenn viel überzeugung da war kam immer das gegenteil der eine oder andere kennt das vielleicht von euch in den momenten wo man sich für einen trade ganz besonders sicher ist klappen die meistens gar nicht also das ist nicht selten dass leute die zum beispiel parallel auf dem demokonto und auf einem real konto handeln auf dem dem konto total gut sind und auf dem real konto total schlecht sind die glauben dann immer das liegt daran dass das eine kein echtes geld ist und das andere nein das geht wirklich darum wann ist man wann handelt man einfach ein setup das macht man dann auf dem demokonto wo man nicht glaubt dass es klappt aber es ist einfach ein setup trade den macht man dort ein technischer trade und dann hat man wieder ein trade wo man sehr überzeugt davon ist den macht man auf dem echtgeldkonto und dann klappt er nicht andere die jetzt gar nicht echtgeldkonto und demokonto trennen die machen das mit positionsgrößen die handeln besonders viele positionsgröße wenn sie sich sehr 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 sicher sind und handeln kleine positionsgröße wenn ich dann klappen die vielen kleinen trades super gut die großen aber nicht und das ist das ist einfach klassisch das ist privatanleger so handeln privatanleger das ist ganz 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 typisch und das sieht man über die bank und wie gesagt die überzeugung dass es unten raus richtig rumst die ist halt immens da und deswegen von meiner seite her dahingehend einfach ein achtungszeichen achtungszeichen in dem sinne dass man aufpassen muss wenn er aus kontert ich bin jetzt kein freund davon und das verstehen viele nach so einem video mal falsch die sagen dann ja martin du hast ich war total überzeugt dass es unten raus geht dann hast du hier gelabert und gelabert dass sie das alle anderen auch unten raus deswegen habe ich meine shorts geschlossen und bin lang gegangen und jetzt sind sich tausend punkte im hinaus bevor sowas kommt also das das ist auch nicht gemeint man ich sage deswegen nicht dass man jetzt hier long gehen soll ich sage deswegen nicht dass man jetzt hier short abbrechen würde ich auch selber gar nicht weil in dem moment wir aus technischer eben erstmal einen ausbruch kriegen aber was ich eben sage und ob was ich hinaus will ist dass man sich das sehr 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 genau einfach anguckt und einfach ein bisschen vorsichtig wird wenn zu viele jetzt da so geil drauf sind dass er da unten raus macht dann kann das halt auch einfach passieren dass wir sowas machen was wir die letzten monate immer wieder hatten montag ein fettes abwärtsgepp setzen und dann von der ersten minute nach oben durch ballern ganzen tag und dann bis in den donnerstag reinsteigen dann steht der dachs wieder irgendwo bei 15.600 und wenn dann russische truppen abgezogen werden und sich die sache in der ukraine erledigt weil die ukraine plötzlich einen vertrag unterschreibt dass sie die nächsten zehn jahre nicht der nato beitritt dann steht das ding plötzlich wieder hier oben und dann hat man ein bisschen die arschkarte wenn man hier unten nicht reagiert hat halt und so passiert es den meisten das ist das klassische verlauf wir beobachten jetzt schon so 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 viele jahre nicht nur uns selber sondern auch unsere community die leute die eben uns immer auf dem laufend halten wie sie traten was sie traten und uns auch fragen wie sie was machen sollen und so weiter und so fort und dadurch haben wir da wirklich einen guten eindruck wie der privatanleger im allgemeinen zu denken wie die leute agieren wann die vielfahrt drauf nehmen wann nicht und so weiter und so fort und wie gesagt da ist auf der unterseite momentan halt wirklich sehr sehr viel überzeugung und deswegen würde ich einfach sagen macht da vorsichtig naja also das kann natürlich auch so kann sein wenn man jetzt ein short drin hat zum beispiel auch übers wochenende wir haben im verteiler bei uns auch geschrieben also wer short drin ist ich persönlich hätte es gehalten also ich werde jetzt nicht raus gegangen und ich sehe das auch so wenn der nach unten schief in der rote katzen dann stelle ich das zurück diese vorsicht weil wenn der markt das bestätigt was ich haben will dann handel ich das und da soll das wirklich hingehen es soll nicht darum gehen dass ihr jetzt sagt oh ja wenn jetzt alle anderen short sind dann gehe ich jetzt hier raus sondern wirklich dass man versucht noch neutraler mit dem markt zu arbeiten und sich veröffnet unten wie oben naja das heißt auf der short seite wie auf der long seite zu agieren aber eben mit 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 dem mit dem hintergrund wissen im kopf dass sich der bereich und natürlich hervorragend für schnelle umkehrsignale eignen kann noch mal ganz klar bedeutet nicht dass ich hier lang gehen würde aber wenn der runter kommt und er öffnet beispielsweise mit abwärts gelb ich sage jetzt mal so 37 rum und dann ist die erste stunden kerze grün die zweite stunden kerze grün dann würde ich den tag nicht mehr short suchen solange die kerzen nicht ausgekontert sind weil sonst kriegt man so ein tag wie es hier ist ne der auch mit abwärts gelb reingekommen ist und dann tag ist hoch fast noch immer vortag schließt kriegen wir dann da auch wieder reingeschätzt was haben wir ganz oft gehabt das war bestimmt auch montag hier guckt mal ja treffer voll treffer ne das freitag gewesen ich sehe es jetzt am datum 14 juni und dann haben wir hier ne halt jetzt bin ich im wochenchart aber es ist dann trotzdem so ne dann ist es trotzdem so weil die wochenkerze beginnt am montag und hier ist freitag schluss also auch hier abwärts gelb und dann montag hoch und zack wir können im tagestart auch reingehen sieht man sieht man ganz oft immer wieder ne mark gibt nach unten was haben wir hier hier haben wir kein kein wochenende doch auch hier genau das gleiche freitag gewesen montag abwärts gelb von unten nach oben nur durchgeblasen und zack 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 schiebt die kiste wieder volle möhre nach oben durch und deswegen einfach ein bisschen aufpassen wenn sich die schwäsche entschält für diejenigen die short drinne sind ist nun wichtig sitzen jetzt davor und fragen sich vielleicht naja ja rückläufe haben wir ja immer drin wie kann ich jetzt für mich erkennen wann kann ich mein short halten wann nicht ich kann mein short halten wenn der markt runter kommt und eigentlich so gut wie nur zur seite geht oder wenn er anfängt nach oben zu kontern und die konnte direkt verschlingt ne aber was ich nicht sehen will als short positions inhaber ist stabilität in der bewegung in der aufwärtsbewegung ich will sehen wenn der nach oben kommt dass die bewegung direkt direkt ohne irgendwelchen quatsch ohne ohne irgendwelches apfel muss drüber zucker oder puder zucker keine ahnung der muss wenn der hoch kommt muss es sich wieder nach unten eindrehen zügig und mit längeren roten kerzen auch in den unteren timeframes je nachdem ob ihr m30 m15 m5 nehmt das das ist ja jedem selbst überlassen aber in den timeframes muss man wirklich sehen in den kleineren dass der runde zu größere kerzen wirft als er hoch zu grünere geworfen hat wenn man sowas sieht dann ist das immer ein indiz dafür dass da auch noch weitere tiefs kommen und er sich weiter nach unten durch wird 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 und solange ich da nicht prägnante stärke sie also mega grüne kerzen und ganz ganz kleine rote kassen wieder lange grüne kleine rote das wäre für mich ein grund dort short zurückzustellen und zu sagen okay vorsicht hier sind zu viele jetzt short er macht es nicht der macht er macht es wieder nicht sind einfach zu viele die da jetzt geil drauf sind zu viele die mit hebelprodukten short drinstehen und dann würde ich sagen gucke ich nach long aber wenn ich sehe der drückt sich durch ist markant auf den roten kerzen dann 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 suche ich eben auch auf der unterseite meine chancen also dass das was ich euch gesagt habe mit dem wir passen hier ein bisschen jetzt muss ich mal gucken ja sind irgendwie noch mehr noch mehr sachen durchgerutscht jetzt wie beim letzten mal hier haben wir schon Irgendwie mogeln sich jetzt hier immer pfeile rein ich glaube die kommen einfach aus anderen zeiteinheiten Genau ja also mir ist das wirklich ganz wichtig habt es im hinterkopf dass die dass die privaten teilweise wirklich schon sehr aggressiv da am shorten sind und auch wirklich sehr überzeugt davon dass das sehr 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 oft fehlt signale werden dann Aber deswegen trotzdem nicht zu früh long gehen Na das ist ganz das ist mir ganz 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 wichtig und vor allen dingen auch short ruhig noch mit nutzen solange rote kerzen kommen es ist ultra selten dass die dass die privaten auch mal mit überzeugung rechtlich liegen aber es kommt auch hin und wieder vor und das ist mir früher immer dolle schwer gefallen ich habe eine zeit lang habe ich wirklich immer nur darauf bestanden okay der markt macht eh das gegenteil von der masse weil die masse verliert immer Ja aber es gibt wirklich momente wo der markt ganz klar und deutliche sprache spricht und die privaten durch nachrichten etc war aber auch diese richtung wollen und dann habe ich mich oft dagegen gewehrt und mich dann dagegen gestellt weil ich dann gesagt habe okay der markt macht zwar rote kerzen aber Die privaten stehe wollen die roten kerzen haben dann steigt er bestimmt und dann ist er nicht gestiegen weitergefallen Ja deswegen würde ich das wirklich trennen und und auf das reduzieren dass man einfach ein bisschen sensibler für fehl signale wird insbesondere unter der 14.800 wenn er da bloß kurz drunter macht Und direkt wieder nach oben mit fetten grünen stunden kerzen dann kann man wirklich long probieren und sollte man sogar auch Weil wir brechen hier wirklich auf wochenebene eine eine mauer die ist die ist die steht schon so lange die ist schon so massiv Im Grunde müssten dort drunter richtig stopp loslawinen losgetreten werden das heißt wenn er drunter geht kommt der ganzen tag nicht mehr hoch und drückt sich Stück für Stück immer weiter runter Das wäre die erwartungshaltung wenn so eine massive barriere bricht das heißt kommt unser dax schwach rein in auf stundenebene Und wühlt sich hier drunter unter die 14.800 das ist der kann er machen was er will Ja der kann 57 635 der kann sich austoben der kann holen was er will aber das will ich dann eben auch sehen Ne ich will dann sehen dass er das auch wirklich durchzieht und eben nicht bloß kurz mal Kleinen stundenschluss unter die 800 setzt und dann massiv nach oben bläst mit der nächsten grünen stunden kerzen dann haue ich ihm einen long in die fresse aber Dann wirklich rein und drunter den stop loss und dann ist mir das auch egal weil da wäre mir das dann zu riskant Dass der sich halt auskontert und da noch mal die 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 wichtigkeit Dieser dieser stelle wenn er jetzt hier unten Abschließt mit einem tief und kontert sich jetzt wieder hoch und steht hier oben Dann wird wahrscheinlich dieses muster komplett beendet sein mit diesem kleinen tief hier drunter dann gab es noch mal eine markt bereinigung Für den aufwärtstrend das heißt der markt hat viele long position bereinigt ausgestoppt das volumen umgedreht Und zieht dann nach oben durch und dann geht er eben nicht nur hier hin und auch nicht nur hier hin Sondern dann zieht er so einen trendstrom wie wir ihn letztendlich hier auch von den us-wahlen nach oben Gesehen haben sieht er von hier hinten noch mal durch und das kann auch sogar über diese rote zone Deutlich hinausgehen und das muss man sich wirklich klar machen das ist ein komplettes muster hier Was jetzt wahrscheinlich abschließt entweder bricht es nach unten hat eine top formation markiert Oder es ist einfach ein trendfortsetzungs muster wird hier abgeschlossen mit einem fehlausbruch Der markt steigt nach oben und macht den nächsten trend das kann ziel 1 erst mal bis in die zone reingehen kann aber auch sein Dass das quasi so eine erste welle ist die endet hier dann kommt eine zweite nach hier unten und dann schiebt er hier eine dritte vierte fünfte Selbst wenn ukraine russen dann in der ukraine stehen das muss man alles ausklammern das kann alles passieren Haben wir 2014 genauso gesehen hat man uns ja in der vor vor vorletzten analyse glaube ich angeguckt 2014 als die russen auch in der ukraine interagiert haben Ohne flacke über separatisten so wie es jetzt momentan ja auch gerade wieder der fall ist Ja und in dem fall hat sich ja der dax damals auch während noch gekämpft wurde auf ein neues allzeithoch hochgeschoben Ja und deswegen einfach Bisschen aufpassen dass man nicht zu überzeugt nicht zu aggressiv auf der unterseite ist Wenn der markt dann die signale nicht mehr bestätigt geht er runter bleibt tief ich würde short halten Ganz deutlich kann ich das nur sagen ja aber wenn wir hier unten fette grüne kerzen sehen Dann sollte short reduziert werden in teilen reduziert werden und auch long reingebaut Dreht er sich dann wieder um macht neue tiefs kann man ja immer wieder neu reinsetzen Ja aber ich würde in dem falle hier derartige signale einfach nicht ignorieren das ist mir ganz wichtig Das ist die wichtigste stelle seit zehn monaten Da können wir auch nicht nur eine minute drüber sprechen das müssen wir wirklich so ausdehnen wie das jetzt heute hier der fall ist Dass die wichtigste stelle überhaupt hier in den eigentlich der kompletten zwölf monate in den letzten zwölf monate Und ich gehe davon aus dass wir per gap down direkt dran springen Na und bestimmt auch drunter gehen der holt sich die jetzt die stops Der öffnet bestimmt drunter das kann ich mir gut vorstellen Na wenn nicht das würde mich wundern wenn der nicht unten drunter öffnet Hätte er nach oben erst mal wieder platz bis Bis wo hinten Bis zur 15 1 30 Das wäre erst mal wieder stand nach unten Und dann hätten wir hier 15 2 70 Ja steigt er am montag 15 1 30 wichtig 15 2 70 wichtig über 15 2 70 Geht es dann sogar richtung wieder 15 400 und ein stückchen drüber Na dann würde er das probieren hier zack 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 abc aber ich glaube der macht jetzt da wirklich den stich einmal ran Einmal nochmal an die 14 800 Ich denke der probiert das zum montag Und wenn nicht dann sollte man das schon als signal alleine für sich werten Wenn nach der nach dem wochenende und nach der vorlage vom freitag Da jetzt nicht die 14 800 attackiert wird Dann ist so dann will der markt das einfach nicht Dann sind ihnen dort zu viele short drin Dann würde die raushauen Und um die rauszuhauen müsst ihr mittlerweile sogar mindestens über 15 50 drüber Ja und dann wird er von hier zack 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 nach oben spielen Ja also da dann ein bisschen aufpassen Aber es ist jetzt nicht das was ich erwarten würde Ich würde wirklich denken wir kämpfen hier unten mit der Marke Und deutlicher das kann auch den ganzen Tag Das kann eine ganze Woche dauern Bis der mit dem Niveau Kumpel wird Ne aber man Man sollte es nicht ignorieren was da unten passiert Das ist der wichtigste Bereich der letzten 12 Monate Punkt So das habt ihr verstanden Ihr habt von mir gehört bekommen Dass sehr 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 viele sehr aggressiv auf der Shortseite auch aktiv sind Das macht es oft ein bisschen schwieriger Muss man sich auch sehr genau angucken Wie agieren diese Leute Ne weil wenn der ich sag mal Wenn der jetzt 200 Punkte abwärts Gap macht Und man guckt bei mir auf der Seite Ihr mann-monkeys.com in den Chat rein Und plötzlich schreiben lauter Leute Dass sie long gehen Long 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 Gap plus long Gap plus long Dann wird es wahrscheinlich nicht klappen Dann geht der Markt nach unten weiter Ne wenn dann alle Welt dann trotz Dass sie einen Markt der Tiefe haben will Long handelt Dann fällt der auch Das ist auch ein Phänomen Was immer wieder da ist Leute die sehen den Markt ganz genau in eine Richtung Die haben das richtig vor Augen Die sehen so richtig einen Bereich kommen Aber haben den Trade Kriegen den Trade nicht rein Und dann reden sie sich So kleine Trades Irgendwie zu Recht So nach dem Motto Ich geh mal hier kurz 10 Punkte dagegen Trade mal irgendwie einen Rücklauf Oder einen Rebound Und auf einmal sitzen die 300 Punkte Im Minus In eine Richtung In eine Bewegungsrichtung Die sie eigentlich selber kommen sehen haben Das ist auch ganz klassisches Privatanlegerverhalten Und deswegen muss man wirklich Am Montag wirklich versuchen Neutral diszipliniert Macht euch ein Trading Limit Habt auch im Hinterkopf Dass die Amerikaner am Montag Gar nicht handeln Das kann natürlich Den Montag ein bisschen Zeher machen Ein bisschen träger Gar nicht so Dass er auch gar nicht Zu stark zurückkommt Sondern eher eine Vormittagsbewegung Macht und die dann Zur Seite ausläuft Mit dem Abend Dann zum Dienstag Nochmal Action reinkommt Also da wirklich ein bisschen Im Hinterkopf haben Risikomanagement festsetzen Dass man sich da nicht Irgendwo verbohrt Und dann halt richtig Auf die Fresse kriegt Das wäre schade drum Also da ein bisschen aufpassen Aber sehr spannende Situation Also das wird wirklich Das wird wirklich Die nächsten Das wird die nächsten 6, 7, 8 Das wird die nächsten 6 bis 12 Monate Richten Was jetzt hier die Woche Jetzt unten hier In dem Bereich passiert Wenn wir denn da jetzt Nochmal wirklich rangehen Aber das ist echt Immens wichtig Das muss man sich Nochmal ein bisschen Bewusst machen Aus technischer Sicht Wichtigste Bereich Der letzten 12 Monate Definitiv Jetzt hier 14, 800 bis 14, 8, 50 Und wie gesagt Ich könnte mir vorstellen Wir eröffnen dran Kratzen mal drunter Die ersten Stops raus Und dann muss man sich Mal angucken Wie er sich über den Tag Noch bewegt Ja gut Okay Ich denke Wir sind gut vorbereitet Ich habe auch so mitbekommen Die letzten Tage Haben ganz viele hier Sind trotzdem sehr sehr Gut mitgeschwommen Haben sich gut Punkte rausholen lassen Stellt sicher Dass sie die nicht wieder Alle verliert Auch klassisches Privatanlegerverhalten Viele Gewinne Und dann irgendwelche Sinnlosen Trades starten So nach dem Motto Na ja Dann sind die Gewinne Von letzter Woche wieder weg Naja Und dann sind sie plötzlich Auch weg Ist aber scheiße Weil wenn du immer so handelst Dann sind am Jahresende Auch immer alle Gewinne weg Und dann entwickelt man sich Nicht weiter vor Man muss sich schon sagen Okay Wenn ich letzte Woche Gute Gewinne habe Dann gehen 50% davon Erstmal weg Die kann ich nicht mehr verlieren Und dann kann ich Vielleicht mit dem Rest Ein bisschen arbeiten Aber nicht so Dieses Na ja Das ist nicht so schlimm Ich habe letzte Woche 200 Punkte plus Wenn ich jetzt hier 160 verliere Ist egal Das ist scheiße Das ist auch kein Risikomanagement Das funktioniert In der Regel ist das dann immer weg Dann macht man doofe Trades halt Dumme Trades Die nicht sein müssen Also da passt ein bisschen auf Und ja Wie gesagt Amerikaner haben Feiertag Das heißt Nachmittag Der dürfte echt tot sein Und entsprechend Der Vormittag gut reagieren Und dann kann das sein Dass er am Nachmittag Eigentlich fast stehen bleibt Und eben nicht auch vielleicht Zurückkommt Wenn es dann viele eben erwarten Ja Punkt Punkt Ende aus Gucken wir es uns an Sprechen wir morgen nochmal drüber Und dann sind wir schon mal Ein bisschen schlauer Zumindest wo die Reise Hier erstmal hinging Und Ob wir schon mal An der 14800 waren Oder nicht Und deswegen würde ich sagen Ich wünsche euch viel Erfolg Am Montag Und wir hören uns dann Am Dienstag wieder Bis dahin Tschüss 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 Vielen Dank.